Servus und guten Morgen! Ja, das Wetter sollte ein kleines bisschen wolkig am Morgen noch, soll aber halt eigentlich gut werden. Von daher bin ich optimistisch und gehe jetzt als allererstes mal frühstücken. Nach dem Frühstück kurz nach neun. Ich starte jetzt mal Richtung Capacona, muss ich erstmal den Fußmarsch zu meinem Auto bewältigen. Und dann geht die Reise los. Ganz kurz habe ich den Rast auf meine Tour eingelegt und habe hier diesen tollen Aussichtspunkt gefunden. Ganz da hinten soll wohl die Insel Hiddensee liegen. Hier bin ich angekommen in Puttgarten. Das ist der letzte Parkplatz vor dem Capacona und hier muss man auch parken. Also man hat gar keine Möglichkeit weiter ran zu fahren. Alle müssen hier parken und von hier aus muss man dann ungefähr zweieinhalb Kilometer zu Fuß gehen. Beziehungsweise es gibt wohl auch so eine Art Kutsche, die man nutzen kann. Ich werde natürlich zu Fuß gehen. Zweieinhalb Kilometer sind ja nichts. Und ja, ein Punkt, der hier von vielen kritisiert wurde, ist die Parkplatzgebühr von 6,50 Euro, die hier zu entrichten sind für den ganzen Tag. Ganz egal, wie lange man hier steht, ob man jetzt nur zwei Stunden hier ist oder den ganzen Tag hier stehen bleibt. Ich finde das ehrlich gesagt noch in Ordnung. Mal gucken, wie lange ich hier bleibe, wie lange man hierfür braucht und dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Aber gut, ich finde das okay. Es wurde auch teilweise kritisiert, dass man nicht bis vorne hinfahren kann bis zum Capacona. Das finde ich auch vollkommen Quatsch. Das ist hier so ein Naturschutzgebiet und auch ein Bodendenkmal. Also es ist selbstverständlich, dass man da nicht ranfahren kann. Ich wandere mal los und suche mir jetzt hier meinen Weg. Ich muss mich erst mal hier zurechtfinden. Es ist tatsächlich relativ frisch hier. Der Wind geht recht stark, aber wenn die Sonne rauskommt, dann ist es gut angenehm. Das erwartet uns hier. Ich möchte mir auf jeden Fall anschauen Capacona und das Fischerdörfchen hier Witt. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Mal gucken, was dann noch an Zeitrober ist. Da folge ich mal hier der Kolonne. Relativ viel los hier oder ziemlich viel los sogar. Wobei der Parkplatz ja noch im Verhältnis leer ist. Er könnte ja wesentlich voller sein. Von daher glaube ich, ist das noch ganz in Ordnung heute und es ist nicht so mega krassvoll, zumal es heute Morgen auch relativ stark bewirkt war. Hierhin werde ich später nach Capacona auch noch gehen. Das kleine Fischerdörfchen Witt. Ich glaube, von Capacona kann man aber auch sofort dorthin gehen. Deswegen brauche ich diesen Weg vielleicht gar nicht gehen. Ich gehe jetzt erstmal weiter. 1,2 Kilometer bis Capacona. Das geht ja. Hier haben wir nochmal eine Karte. Capacona. Da laufe ich jetzt hin. Ich schaue mich dann dort um. Diesen slavischen Burgwall. Den möchte ich mir auch noch anschauen. Und dann geht es hier runter über den Hochuferweg nach Witt. Und dann kann ich hier später wieder zurück nach Puttgarten gelangen. Das ist richtig nett hier. Richtig schönes, kleines Dörfchen. Eigentlich angenehm, dass hier keine Autos groß durchfahren. Ein paar kommen hier ab und zu. In Witt ist es ganz anders. Da gibt es gar keine Autos. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist schon toll. Viele kleine alte Fischerhäuser. Dieser slavische Burgwall, Burgwall stand da glaube ich. Ich habe gelesen, es ist wohl gar kein Burgwall. Es ist ein Tempel, soll das sein. Eine Tempelanlage. Und die ist so an der Steilküste gebaut, dass sie immer weiter sozusagen im Meer versinkt. Stück für Stück wird sich das vom Meer dieses Gelände zurückgeholt. Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, zwei Drittel sind mittlerweile schon verschwunden. Mal schauen, ob man da auch was sehen kann. Zuerst werde ich erstmal die Türme ansteuern und schauen, was wir da so schönes sehen. Die Sonne ist jetzt voll rausgekommen. Blauer Himmel vor mir. Das ist ein absoluter Traum. Die Wahrzeichen, die kann ich jetzt auch schon erspähen. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Das sind mit Sicherheit die drei Leuchttürme von Capacona. Ja, die wurden zu verschiedenen Zeiten und Zwecken will ich nicht sagen gebaut. Aber es gab verschiedene Techniken wohl in den drei Türmen. Und ja, so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Finde ich doch ganz interessant. An Capacona, vorhin stand es ja schon mal da, wird so allgemein gesagt, wäre der nördlichste Punkt der Insel. Ist es aber nicht ganz fast. Also man kann sagen fast. Es gibt aber noch eine Stelle, die ist noch ein bisschen nördlicher. Aber im Allgemeinen sagt man, hier sind wir am nördlichsten Punkt der Insel. So, da hätten wir die ersten beiden Türme. Der kleinere, das müsste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der älteste von den Türmen sein. Der daneben ist der zweitälteste, der später gebaut wurde. Und den dritten Turm, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der ist hier. Wobei ich mir da gar nicht mehr so genau sicher bin, ob das ein Leuchtturm war. Oder ob das so eine Art Funkturm oder Radarturm oder sowas ähnliches war. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Könnte aber sein. Ja, auf jeden Fall diese drei, die stehen ja alle. Die anderen beiden sind ja jetzt von den Bäumen verdeckt. Sonst hätte ich sie alle drei drauf. Dieses Bähnchen, was ihr da hinten sieht. Das kann man auch nutzen, um sich nach Cap Arcona fahren zu lassen. Allerdings auch schließt es mir sich nicht ganz, wenn man zwei gesunde Beine hat, warum man nicht gerade die zwei Kilometer gehen sollte durch diese schöne Landschaft hier. Aber das muss ja jeder selber für sich wissen. Der Wetterdienst scheint hier auch eine Station zu haben. Er liefert die Daten von hier. ... ... Ja, ich auch. Geht natürlich hier hoch. Fast oben angekommen. Ja, hier oben ist das Leuchtfeuer. Ich denke aber nicht in Betrieb. Genau, ich bin ein Politiker. Vielen Dank. 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 Das hört sich doch sehr interessant an. Die Anwohner, die dürfen wohl hier hinfahren. Vielen Dank. Voller Überblick. Ich habe hier bei Witt. Sieht da, oder? Sieht unbewohnt aus. Ja, das Dorf ist natürlich schön klein. Übersichtlich ist man relativ schnell durchgegangen. Ich werde jetzt auch hier. Ich werde jetzt auch hier wieder fortgehen. Auf jeden Fall ist das sehr nett und auf absoluten Besuch wert. Toll gelegen hier direkt am Meer. Ja, viele alte Häuser. Ja, ganz autofrei ist es nicht. Und man kann hier nicht. Man kann hier selber nicht hinfahren. Und man kann hier selber nicht hinfahren. Hier findet man auch noch ein bisschen Infos zu dem Fischerdorf, wo ich jetzt gerade war. Vor 800 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt. Also schon richtig lange. Ich wandere jetzt zurück zum Parkplatz in Puttgarten. Und dann geht es mal weiter. Ganz kurz noch zwei. So ungefähr hatte ich mir das zeitlich auch vorgestellt heute. Und war heute sehr entspannt. Null gehetzt und kilometermäßig war das natürlich heute sehr wenig. Ich denke mal jetzt haben wir vielleicht fünf Kilometer ungefähr auf dem Tacho bisher. Dort war ich eben nach oben. Ich hatte gesehen das Video da eben wo ich noch gesprochen habe. Das ist auf einmal abgebrochen. Ja, nach Binz und nach Prora möchte ich jetzt eigentlich noch fahren. Das ist ja ein unmittelbarer Näher. Das liegt eh auf meinem Rückweg. Deswegen könnte ich das gut mitnehmen. Ja, es gibt natürlich noch etliche viele andere Orte, die ich gerne anschauen würde. Sassnitz ist ja von jetzt auch wieder nicht weit weg, wo ich gestern war. Aber nicht mehr hingegangen bin. In die Stadt, meine ich. Aber irgendwo muss ich Abstriche machen. Ich kann mir nicht alles anschauen. Und dafür ist die Zeit leider zu kurz. Ich entdecke hier immer neue Sachen, wo ich denke, ach das müsstest du auch noch eigentlich gucken. Aber ich denke, das ist schon ganz gut, was ich mir bisher angeschaut habe. Die Kreidefelsen fand ich ganz toll. Und hier das Capacona absolut für mich eine Reise wert. Schauen wir noch einmal zurück, wo ich jetzt langgekommen bin. Das ist richtig herrlich. Das Wetter ist traumhaft. Damit habe ich auch richtig Glück gehabt bisher. Wetter ist viel besser, auch wie es vorher gesagt wurde. Also da kann ich mich absolut nicht beschweren. Da hatte ich im Bechtesgaden schon im April ziemliches Glück. Da war es auch sehr gut und jetzt auch wieder hervorragend. Ich kann auch die vielen, ja relativ vielen schlechten Bewertungen zum Beispiel bei TripAdvisor hier über das Capacona absolut nicht nachvollziehen. Also wer das hier nicht sympathisch und schön findet mit diesem kleinen Fischerdörfchen, den Leuchttürmen und der tollen Aussicht, die man da hat. Also da weiß ich nicht, was man da sonst erwartet. Also einmalig, richtig schön. Dazu hier noch die Landschaft ist auch nett, durch die man hier geht. Also ich habe hier nichts daran auszusetzen. Nur wegen den Parkgebühren für 6,50 Euro, wo man ja fast einen Tag hier verbringen könnte. Oder einen halben Tag hier auf jeden Fall verbringt. Das weiß ich, finde ich dann nicht gerechtfertigt. Hier sieht man nochmal die ganzen Reetdachgedeckten Häuser von Puttgarten, wo wir jetzt zurückkommen. Dieser traditionelle Stil, das gefällt mir auch sehr gut. Und da vorne erreichen wir dann auch das Ortsschild von Puttgarten. Und damit sind wir jetzt kurz vor dem Parkplatz Puttgarten einmalig quert. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, noch was zu essen, eine Rast zu machen, hier Geschenkartikel zu kaufen. Aber ich habe das mir ein bisschen angeschaut. Das sind schon eher die üblichen Geschenkartikel, die man hier überall bekommt. Gut, hier gab es so ein bisschen Bernstein-Ketten und sowas. Aber sowas richtiges, individuelles, das fehlt mir irgendwie. Was ich ganz spannend finde, ist dieses Inselsalz, was die hier haben. Da gibt es eine Salzkombination verschiedene und unter anderem auch mit Sanddorn. Sanddorn ist hier allgegenwärtig. Das ist ja das, was hier auf der Insel scheinbar weit verbreitet ist. Ich glaube generell für den Norden gilt das. Und ja, das wäre vielleicht noch am interessantesten sowas als Mitbringsel. Etwas mit Sanddorn, dann hat man wirklich etwas, das von hier kommt. Der Parkplatz hat sich jetzt gut gefüllt. Hier war morgen noch so gut wie alles frei. Jetzt ist hier richtig was los. Das Wetter hat sich schon mal wesentlich gebessert. Morgen war es noch ordentlich bewölkt. Ich denke mal, das wird ein Grund dafür sein, warum es jetzt am Nachmittag noch voller ist. Und natürlich, viele wollten wahrscheinlich gerne etwas länger schlafen. Ich bin angekommen bei Prora, wie ihr das sehen könnt, hier im Hintergrund so ein bisschen die Gebäude. Das ist so ein riesen Komplex das Ganze, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich hier hin soll. Es gibt mich hier etliche Parkmöglichkeiten und das zieht sich hier wirklich über eine riesige Fläche, einen riesigen Komplex. Ja, das ist ursprünglich ja mal von den Nationalsozialisten geplant und gebaut worden. Zumindest hatte man damit angefangen. Kraft durch Freude war das Projekt. Und geplant war eigentlich mal, dass dann die, ja, solche Parteimitglieder wahrscheinlich, dass die Urlaub machen können an der Ostsee in einem riesigen, gigantischen Projekt. Ja, das ist aber nie fertig gebaut worden. Im Zuge des Krieges hat man das dann natürlich eingestellt, weil man die Materialien für kriegswichtigere Dinge gebraucht hat. Und so ist das nicht fortgesetzt worden. Es waren dann Ruinen und heute baut man das aber zu verschiedenen, ja, Blöcken, Themen hier um. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das heute hier so aussieht. Ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall an der richtigen Stelle, wo man ganz gut den Kontrast sieht zwischen den alten Ruinen. Das heißt Ruinen, naja, aber gut, ich sage mal Lost Places, die nicht genutzt werden, die verfallen und dem Teil, der saniert wird, der renoviert wird und sogar dem ursprünglichen Zweck zugeführt wird. Hier können nämlich Urlauber ihren Urlaub verbringen. Allerdings sind hier auch Firmen und Geschäfte untergebracht und so gibt man diesen ganzen Betonklotz, der hier gebaut wurde, zumindest noch einen sinnvollen Nutzen. Ich schlage jetzt erstmal den Weg zum Strand ein, bevor ich mich hier weiter umschaue. Hier kommt es ja richtig gut zur Geltung mit dem alten Teil, den es da noch gibt. Ich weiß nicht, ob das hinter dem Quergebäude noch weiter geht. Und hier sieht man dann quasi, wie lang das Ganze geht, wie weit und wie viel mittlerweile schon saniert wurde. Ja, mal unabhängig davon, dass von den Nationalsozialisten gebaut wurde, finde ich solch einen riesigen, gigantischen Betonklotz, der hier in die Landschaft gezimmert wird, einfach nur scheußlich und schrecklich. Ich finde es gut, dass man heute nicht einfach nur eine Ruine stehen lässt, dass man das noch relativ schön gestaltet mittlerweile. Aber neu sollte man sowas einfach nicht mehr bauen. Das macht, gibt der Landschaft einfach viel zu viel Schaden. Allerdings der Strand, den wir jetzt gleich hier sehen, ich glaube der ist ganz schön, den schauen wir uns jetzt mal an. Da sind wir nämlich fast am Strand. Ich vermute mal ganz schwer, dass das hier alles auch von damals noch ist. Das war wahrscheinlich der Zugang der geplante. Ja, soweit ich weiß hat, ich glaube Kraft der Freude, das war so eine Kraft durch Freude, nicht der Freude, Kraft durch Freude. Das war so eine Erholungsurlaubsorganisation im Dritten Reich. Und ja, man hat hier geplant, dass hier die Menschen ihren Urlaub verbringen in dieser gigantischen Anlage. Der Platz, der gewählt, das ist schon recht schön hier. Allerdings die Umsetzung einfach nicht gut. Ist sogar richtig hier ins Wasser reingebaut. Das heißt, man konnte gar nicht hier weitergehen am Strand, wenn man nicht ringsrum schwimmt. Ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen abtrennen wollte. An der Kaimauer Badeverbot. Blut." bin nun mal ein paar meter hier reingegangen und kann man ganz gut aushalten geht wenn man sich kurz eingewöhnt hat ist das wasser relativ okay für juni also kann man machen das schwimmen gehen ist glaube ich nur mal zu hart noch aber mit dem bein rein das geht auf jeden fall klar der strand hier ist echt schön viel sand viele strände sind der hier strände und von daher ist der hier auf jeden fall sehr schön ich muss mal schauen wo ich jetzt noch lang gehe ob ich mit den neueren teil jetzt von pro reihe anschaue oder mal gucken ob es da noch was vom älteren teil gibt ich kann so ein bisschen hier um die ecke gucken an der einen mauer und da sehe ich zumindest noch so ein bisschen alte ruinen zumindest von dieser kein mauer hier ich könnte mir vorstellen dass danach weitergeht das würde mich eigentlich recht stark interessieren ich glaube mehr sogar als der neue teil einfach die dokumentation da würde ich zwar nicht mehr rein gehen ich habe gelesen ist zwar ganz gut aber sehr textlastig nichts gegen texte aber ist man wohl lange beschäftigt muss viele texte lesen und ja das dafür ist der tag jetzt auch zu kurz noch und das kann man machen denke ich mal wenn man länger hier ist oder man richtigen regentag hat ich muss das heute einfach nutzen hier ein bisschen umzuschauen ja und das werde ich jetzt machen gibt es noch so eine alte treffe auch abgesperrt könnte vorstellen sie vielleicht schiffe anlanden konnten oder sonst wüsste ich jetzt nicht wofür das hier verwendung gehabt haben sollte aber wenn ihr auch nur kleine schiffe ist ja absolut kein tiefgang hier sieht man dass man mit dem treppenabgang und hier runter ich kann mir nur vorstellen dass irgendein sinn hatte für für boote für sonstiges irgendwas was vielleicht hier zu wasser gelassen wurde oder man ist hier ausgestiegen alles andere badestelle wird das nicht gewesen sein also steht auch leider keine erklärung hier irgendwo kann man dem ganzen nicht nehmen gerade hat ja auch schon ein teil noch mal gesehen hier so der verfallen ist ja ich glaube man kann hier auch noch immer weiter gehen und da kommt bestimmt noch mal ein teil von proa gleich allerdings ja ich denke dass jetzt alles sich anzuschauen das ist ja alles schon ziemlich ähnlich ich denke dass es jetzt nicht unbedingt notwendig was man dort hinten sieht das ist übrigens der ich glaube der fährt terminal oder verlade terminal von muckran also muckran heißt der ort hier und also dort hinten und da legen die schiffe an oder fahren ab und ich meine auch fähren würden da fahren so habe ich zumindest verstanden ansonsten natürlich auch noch waren ich laufe jetzt doch mal noch bis zu einer stelle hier rüber da will ich mal noch schauen ob man da jetzt noch mal was größeres erspähen kann von dem proa bau ansonsten würde ich zurückgehen und würde noch mal ein stück an dem neueren teil vorbei gehen mal schauen was man da noch so sehen kann das was ich eben gesehen habe waren glaube ich alles ich weiß nicht ob sie jetzt eigentumswohnungen sind oder ob das alles ferienwohnungsapartments sind bin ich mir nicht ganz sicher aber das kriegt man ja vielleicht gleich dann auch noch raus jetzt gucke ich mal ob man hier noch was sieht ich denke mal der strand der geht hier noch ein ganz stück weiter das wird wahrscheinlich der andere teil von proa sein aber wie gesagt das ist ja alles ziemlich ähnlich sich das jetzt hier meter für meter anschauen machen meinen augen keinen sinn und hier sieht man dass hier wird der bau fortgesetzt hier wird das noch mal entsprechend lang in die andere richtung gehen auch renoviert neuer teil hier sieht schon sieht schön aus sag ich mal von das aus dem was jetzt gemacht haben mit den balkonen und neuen fenstern oben die dachterrassen drauf das sieht schon gut aus nur die wuchtigkeit des objektes insgesamt in dieser landschaft das gefällt mir einfach nicht so er dieser dieser bau der hier so in der mitte ist mit den ziegelsteinen diese ruinen die man hier sieht hier ist noch mal so ein treppenabgang wo es runter geht das ganze ist platziert in der mitte der proa gebäude so ist das zumindest für mich hier zu erkennen auf beiden seiten von diesem ziegelstein artigen gebäude hier erstreckt sich der strand und jeweils die proa gebäude also war das hier wo wir uns hier bewegen genau die mitte also ich könnte mir vorstellen dass vielleicht wirklich geplant war dass seeseitig zum beispiel hier touristen angekommen sind allerdings hätte man dann natürlich hier noch irgendwas machen müssen wegen der fahrtiefe hier kann kein größeres schiff anlegen dafür ist das hier viel zu flach hier kann man problemlos drinnen gehen im vorderen bereich müsste ich mich jetzt mal mit beschäftigen mit dem proa gebäude das weiß ich absolut nicht aber finde ich spannend die frage werde ich mir auf jeden fall werde ich mir das mal anschauen ja ich gehe jetzt mal zurück und gehe dann da wo ich eben her gekommen bin mal ein stück an dem neueren teil lang wenn ich etwas falsches erzähle oder ich hier nicht so gut bescheid weiß über die geschichtlichen dinge zum beispiel dann seht es mir nach ich bin hier im urlaub ich mache hier keine geschichtliche dokumentation oder irgendwas alles was ich so lese und aufschnappel das erzähle ich wenn überhaupt also ich recherchiere sowas hier im urlaub selten so ein objekt wo ich hingehe dafür habe ich einfach nicht die zeit und auch nicht die lust also ich mache hier urlaub und mache das einfach so wie ich das denke soll er einfach der blog zeigt er einfach nur mein mein urlaubstag und hat nicht den anspruch eine genaue dokumentation oder sonstiges zu sein auch wenn hier irgendwas auslassen was wichtig ist also ich mache das einfach so wie es hier mir anschaue und das so entdecke und mehr nicht das wollte ich nur mal sagen das sind tatsächlich alles urlaubswohnungen feriendomenzile und das ist auch noch alles brandneu will ich sagen man sieht hier einzeln dass die kabel noch raus hängen wo die lampen fehlen oder auch hier im bereich des der parkplätze ist halt auch noch gar nicht die begrünung fertiggestellt diese ja ich denke mal das ist für fahrräder und so hier diese hütten die sind auch noch gar nicht befüllt oder so das ist noch ganz frisch alles ich das richtig sehe ist alles eine anlage ein betreiber hier und dort hinten kann man jetzt noch ein gebäudeteil sehen der befindet sich scheinbar noch in der renovierung und da weiter hinten da geht es direkt weiter allerdings ist da die beschriftung der häuser anders ich gehe davon aus das ist wieder ein anderer betreiber dann ja und er scheint hier noch gar nicht so lange fertig zu sein diese teile hier ach doch man sieht sogar diese teile die sind noch vollkommen unbewohnt hier ist noch niemand drin hier fehlt auch noch in jedem dieser vorderen fronthäuser ist nämlich immer ein geschäft oder eine bar oder ja so ein büro drin hier ist das aber alles noch nicht der fall alles noch leer ja und dahinten kann man sehen da wird noch ein teil renoviert bevor es dann schon wieder weiter geht dann ist das ja mittlerweile sogar ziemlich durchrenoviert würde ich behaupten bis auf diesen äußeren teil den wir eben gesehen haben ja sieht so aus dass hier noch relativ entkernt wird auch neu gemacht ja von der lage ist natürlich gar nicht schlecht wenn man hier wohnen möchte in diesem riesigen komplex mit vielen menschen ist man natürlich strandmäßig ganz gut aufgestellt an dieser stelle werde ich jetzt auch bewenden lassen und wieder zurückgehen weil immer weiter hier denn diese neue hat den komplex mehr anzuschauen ich denke mal das macht nicht so viel sinn nach binz werde ich jetzt heute auch nicht mehr schaffen leider die zeit schon fortgeschritten ich muss noch zurückfahren noch duschen und so weiter und dafür ist es jetzt schon zu spät das müsste ich da jetzt in zehn minuten durchhuschen in binz und das wird dem wahrscheinlich nicht gerecht und da bekomme ich hier nichts zu sehen ja von daher würde ich jetzt mich auf den rückweg machen und ja so weit gesehen schade eigentlich ich hätte gehofft dass hier ein bisschen mehr noch alter teil ist vielleicht ja die dokumentation werde ich mir auf jeden fall diesen urlaub nicht mehr anschauen können aber das wäre wie der nationalpark jasmund wenn man da muss hin fährt auch noch mal was für einen anderen urlaub falls es hier nochmal irgendwann hingeht wahrscheinlich aber nicht nächstes jahr so viel kann ich schon verraten das wäre unwahrscheinlich jetzt bin ich doch noch reingegangen in die ausstellung da ich ja sonst nichts mehr vor werde ich mal doch hier durchgehen ich glaube beim filmen raum sollte ich anfangen ihr seht jede menge text aber ihm wurde gesagt ich soll mir erst mal den film anschauen war auf jeden fall ein sehr interessanter film der erklärt hier einiges wie sich das entwickelt hat das war die ursprüngliche planung so sollte es mal aussehen ist allerdings ja nur zum teil so gebaut worden schauen wo es hier noch hingeht eine richtig große halle ja so große hallen die wurden hier auch gebaut in dem gebäude aber auch wesentlich größere deswegen weiß jetzt nicht warum man hier hingeführt wird oder was das denn damals war sieht aus wie eine aktoren halle würde ich sagen kino vielleicht kino theater ne theater wird es gewesen sein genau theater mit bühne klar ich gehe mal wieder zurück ich gehe mal ab als erster obergeschoss er sieht viel text viele bilder Interessant hier die Teile vor allem, die hier noch so ein bisschen alt sind, das gefällt besonders gut. Alt in dem Sinne, dass es jetzt von der Nationalen Volksarmee benutzt wurde, das Gebäude nach dem Krieg und da hat man sich das entsprechend eingerichtet. Hier sieht man das Modell auch noch mal. Eine Länge von sechs Kilometern. Ach ne, hier steht es 4,5. 4,5 waren es. Riesig. So sollten die Zimmer aussehen, relativ klein und schmal. Dafür Platz für 20.000 Leute. Ja, da wo wir vorhin waren. Ach, da war ich schon. Genau, an diesen Dingen. Kei Anlage ist das. Sollten tatsächlich Schiffe da anlegen, das habe ich eben im Film gesehen. Sehr interessant. Hier auch diese Stellen, die man da vorhin sehen konnte, wo ich war. Ja, das war's. Das war wirklich sehr interessant dort drin. Ein halbstündiger Film wird da gezeigt, der erklärt eigentlich, sag ich mal, alles im Groben schon mal, wann das gebaut wurde, wie lange es gebaut wurde, was das ursprüngliche Vorhaben war, was dann letztendlich daraus geworden ist, wie dann die spätere Nutzung war. Ja, also umfasst die ganze Geschichte von diesem Bau hier in Prora. Ja, und die Ausstellung umfasst natürlich noch ganz viele Infotafeln, die man sich durchlesen kann, aber da könnte man locker einen halben Tag verbringen, vielleicht sogar einen ganzen Tag, wenn man da alles bis ins Kleinste lesen würde. Und ja, da habe ich jetzt einfach die Zeit nicht für, aber es ist sehr spannend, kann man sich auf jeden Fall anschauen und man kriegt da einen sehr guten Überblick über die Geschichte hier. Die Ausstellung ist 2000 eröffnet worden, das heißt, sie ist mittlerweile 22 Jahre alt. Es gibt aber einige, ich sage mal, zusätzliche Ausstellungen zu anderen Themen, die da drinnen sind, natürlich artverwandten Themen, ja, die kann man sich auch noch anschauen. Ja, und dann haben wir jetzt 6 Uhr, ich werde jetzt mal zurück zum Hotel fahren, mache mich frisch und dann ist auch gleich Zeit fürs Abendessen. Ich bin zurück in Selin, ich gehe jetzt aufs Zimmer, ich habe mal hier wieder weit weggepackt vom Hotel, ist hier wieder alles zu hier. Das wäre echt fantastisch, aber es ist einfach der Hauptsaison geschuldet, denke ich mal, da ist es hier ziemlich dicht. Ja, hier vorne ist immer auch dieser eine Platz frei, wo ich schlecht parken kann. Und da ja, gut, dass ich da jetzt geparkt habe, wo ich stehe. Frisch gemacht und ich habe auch ein bisschen Farbe heute bekommen, bin wieder ein bisschen verbrannt und werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen zum Essen. Ich habe echt Hunger und mal gucken, wo es heute hingeht. Ich habe mir noch nichts ausgesucht, aber hier gibt es ja jede Menge. Von daher lasse ich mich überraschen, wo es mich hintreibt. Das ist wohl keine Gütte, wenn ich heute. Mal schauen. Heute gibt es ein Lachsfilet mit Tagliatello und Parmesan. Gut, stark nach dem Essen gehe ich jetzt noch mal hier ein bisschen die Promenade hoch. War sehr gut. Und ja, jetzt wandere ich hier ein bisschen, was mir aufgefallen ist bei den ganzen Restaurants. Beim Mexikaner ist am allermeisten los. Ich kann mir das noch nicht erklären, warum. Vielleicht mache ich da morgen mal einen Abstecher hin. So, da bin ich noch mal eine Seebrücke. Schauen wir uns noch mal am Abend hier um. Den kann ich auch oben. Auf meiner kleinen Verdauungsrunde hier nach dem Essen bin ich jetzt noch mal hier auf den Friedensberg hoch. Und sehe erst jetzt, dass man von hier aus da hinten diesen See sehen kann. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Aber das ist nicht das Meer. Das ist ein See, der hier im Inland quasi ist. Ich glaube auch nicht so allzu großer, der dort ist. Aber das Meer ist ja nicht weit weg von hier. Das wäre aber genau 180 Grad in die andere Richtung. Da war ich eben. Ja, und jetzt geht es zurück zum Hotel. Noch ein bisschen bewegen, noch am Essen. Das tut gut, bevor man einfach so ins Bett fällt. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.